Klimmzugstange, die perfekte Ergänzung. Eine Klimmzugstange ist ein äußerst beliebtes Trainingsgerät, das sich viele auch unabhängig von einer Handelbank kaufen. Das hat auch guten Grund. Eine Klimmzugstange ermöglicht es dir, deinen Rückenmuskel effektiv zu trainieren. Wer regelmäßig Klimmzüge übt, bekommt auch auf einen massiven Rücken. Diese Übung eignet sich ebenfalls hervorragend zum Überprüfen des Fitnesslevels und des Fortschritts. Untrainierte Anfänger werden sich mit dem ersten Klimmzug vermutlich schwer tun, da es eine äußerst anspruchsvolle Übung ist. Die heutigen Modelle sind sehr schnell zusammengebaut, halten einiges aus und können oftmals einfach in den Türrahmen eingehängt werden, sodass nicht mal Löcher in die Wand gebohrt werden müssen. Was trainiere ich mit einer Klimmzugstange? Nun, mit einer Klimmzugstange trainierst du mehr, als du vielleicht denkst. Primär wird dann natürlich der Latissimus dorsi beansprucht, wenn du einen Klimmzug ausführst. Keine Angst, da behandelt es sich lediglich um deinen lateinischen Namen für den großen Rückenmuskel, also der Muskel, welcher für das beeindruckende V-Kreuz verantwortlich ist. Aber das ist noch nicht alles. Auch deine Nackenmuskulatur und der Bizeps werden stark beansprucht. Das macht den Klimmzug zu einer so hervorragenden Übung. Sie beansprucht viele Muskelgruppen und ist somit sehr anstrengend. Das wiederum bedeutet, dass sie viele Kalorien verbrennen und deine Kraft ausbaut. Der Klimmzug gehört zu einer Grundübung und wird heute noch von vielen Athleten aktiv trainiert. Daher ist eine Klimmzugstange eine sehr sinnvolle Anschaffung. Wie bringe ich eine Klimmzugstange an? Das Anbringen einer Klimmzugstange ist heutzutage kinderleicht. Das ist auch gut so, denn die Montage bedeutete früher, dass man Löcher in die Wand bohren muss, wovor viele es zurückgeschreckt haben. Mittlerweile existieren Modelle, welche man einfach in den Türrahmen einhängen kann. Das heißt, sie können auch bequem wieder abgenommen und andersherum montiert werden. Die meisten Klimmzugstangen sind also einsatzbereit, sobald sie selber zusammengebaut wurden. Trainingsband Falls du ein wenig Unterstützung benötigst, kann ich dir ein Trainingsband empfehlen. Dieses kannst du an die Klimmzugstange anbringen, deine Knie oder Beine einhängen, damit das Band unter Spannung gesetzt wird. Beim Ziehen nach oben schiebt sich dieses Band dann ein wenig an und unterstützt dich aktiv beim Klimmzug. Rein theoretisch kannst du mit dem Band auch noch mehr machen, wie beispielsweise die Brustdehnen, aber wenn ich ehrlich bin, halte ich ein aktives Training mit den Bändern für eine Zeitverschwendung. Ich selber habe allerdings ein solches Band gekauft und nutze es auch heute noch für meine Klimmzüge. Kann ich wärmstens empfehlen. Je dicker das Band, desto mehr Unterstützung bietet es. Rot beispielsweise bietet den geringsten Widerstand. Ich persönlich habe das schwarze, kann aber auch das lila Band empfehlen. Alles darüber hinaus halte ich für zu teuer. Fazit der Klimmzugstange Eine Klimmzugstange ist meiner Ansicht nach ein wirklich hilfreiches Zubehör, welches das Training zu Hause wirklich bereichern kann. Ich habe dir unten vier verschiedene Modelle aufgelistet, von denen drei ein Türrahmen bzw. zwischen die Tür gehängt werden können und eins, das mit Schrauben an die Decke oder an die Wand gebohrt werden muss. In dem Fall Klimmzugstange ist es übrigens ratsam, nicht zwingend das Produkt mit den meisten Bewertungen auf Amazon zu wählen. Ich selber habe dies getestet und kann mit dem Produkt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bezeugen, aber es hat auch seine Nachteile. Ist man bei der Montage nicht sehr gründlich, kann die Stange verrutschen, darüber hinaus hängt sie nicht oft wirklich 1% symmetrisch zur Tür. Wie gewohnt findest du aber nähere Beschreibungen unter dem Punkt Produktdetails. Wie gewohnt es?